Was ich bin, wird ausschließlich dadurch bestimmt, wer ich bin. Roy Kuhn ist kein Homosexueller. Roy Kuhn ist ein heterosexueller Mann, der mit Typen boxt. Okay, Roy. Also, wie lautet meine Diagnose, Henry? Du hast AIDS. Vielleicht wird das Unheil kommen, das Ende wird kommen, es wird furchtbare Regengüsse geben und der Himmel wird einstürzen. Kaskaden giftigen Lichts. Oder vielleicht ist mein Leben ja auch im Ordnung. Vielleicht liebt mich Joe und ich bin verrückt, was anderes zu denken. Also, in Amerika ist die Rassenfrage doch letztlich eine politische, oder nicht? Die amerikanischen Rassisten, die versuchen, die Rassenfrage als Instrument in ihrem politischen Kampf zu benutzen. Genauso wie die Esoteriker. Die versuchen doch auch, diesen ganzen Quatsch einzusetzen. Wie hast du deine Mitte gefunden? Oder deine Energiekanäle? Scheißegal. Finde die Wut. Finde die Wut. Mein Blut ist rein. Mein Kopf ist klar. Ich kann Druck raushalten. Ich bin ein schwuler Mann. Und ich bin Druck gewöhnt. Zeigt mir das Buch der nächsten wunderschönen Theorie. Und ich bin auf den Barrikaden. Zeigt mir die Worte, die der Welt eine neue Ordnung geben oder schweigt stehen. Ich bin kein Mann mit Vorurteilen. Diese ganzen rassistischen Typen, alles Deppen. Man muss immer im Auge behalten, wo der wirkliche Gegner sitzt. Ich hebe mir mein Hass für das auf, was wirklich zählt. Tod! Wo haben Sie den unterher? Aus den großen antarktischen Kiefernwellen. Ich. 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 Ich bin das Buch. Das Meer des Todes teilt und sein Roy Boy über den Jordan kommen lässt. Drücken Fussers. Und immer noch einmal. Freu dich nicht zu früh, Roy.